Wir unterstützen unsere Kameraden in der Luft, am Boden und zu Wasser und ermöglichen die Handlungsfreiheit der Führung. Wir schützen unsere Netze und Systeme, halten sie stabil und sicher. Wir ermöglichen den Einsatz hochmoderner Systeme rund um die Uhr. Ohne IT fährt heute kein Panzer, hebt kein Kampfjet mehr ab und die Führung wäre blind. Willkommen im Führungsraum des Kommandos Cyber. Mein Name ist Ramon Hoffmann, ich bin Oberstleutnant und Informatikspezialist. Wir, das Kommando Cyber, vereinen Technologie, Know-how und Innovation, so dass unsere Armee ihren Auftrag in der heutigen vernetzten Welt erfolgreich erfüllen kann. Wir betreiben die einsatzkritischen Infrastrukturen und Systeme für eine robuste und sichere Datenverarbeitung. Über 3000 Kilometer Glasfaser- und Richtstrahlverbindungen, drei Rechenzentren und rund 300 Benutzerstandorte. So können Sprache und Daten in Echtzeit und verschlüsselt, verarbeitet und bis zu den mobilen Endgeräten übermittelt werden. Ein Konflikt ohne Aktionen im Cyber- und elektromagnetischen Raum ist heute und in Zukunft undenkbar. Auch unsere Armee muss in diesem Umfeld Nachrichten beschaffen, sich schützen und auch kämpfen können. Im elektromagnetischen Raum können wir gegnerische Funkübertragung aufklären, stören oder ganz unterbinden. Mit Aktionen im Cyberraum können wir einen gegnerischen Akteur daran hindern, einen Wissens- und Entscheidungsvorsprung zu erlangen. Überdies lässt sich das Funktionieren seiner Waffensysteme beeinträchtigen oder gänzlich verhindern. Unsere Fähigkeiten sind nicht erst bei Spannungen oder im Fall eines Konflikts gefragt. Schon jetzt stehen wir im Echteinsatz. Cyberangriffe finden täglich, anonym und ortsunabhängig statt. Hohe Geschwindigkeit und unlimitierte Reichweite sind typische Eigenschaften dieser Cyberangriffe. Da sind unsere Spezialisten gefragt, um Sicherheitslücken zu schliessen, Angriffe auf Netze und Systeme abzuwehren und natürlich Eindringlinge unschädlich zu machen. Je komplexer Waffensysteme werden, desto professioneller müssen wir Cyberspezialisten sein. Unser Kommando bietet robuste und sichere Netze und führt erfolgreich Aktionen im Cyber- und elektromagnetischen Raum durch. Darüber hinaus sorgen wir dafür, dass die verschiedenen Führungsstufen und Partnern aus dem Sicherheitsverbund Schweiz, beispielsweise Kantons- und Bundesbehörden, über die notwendigen Informationen verfügen, zur richtigen Zeit und im richtigen Detaillierungsgrad. Zu diesem Zweck fliessen hier im Führungsraum sämtliche Informationen zusammen. Sowohl diejenigen aus dem Cyber- und elektromagnetischen Raum, als auch solche, die den Zustand der Systeme betreffen. Diese Informationen werden hier zu Teil- und Gesamtlagebildern aufbereitet. Die Lagebilder dienen als Führungsgrundlage, damit unsere Mittel am richtigen Ort und im richtigen Moment eingesetzt werden. Wir, die Spezialisten des Kommandos Cyber, Männer, Frauen in zivil und in Uniform ermöglichen, dass unsere Armee und unsere zivilen Partner in allen Lagen den notwendigen Wissens- und Entscheidungsvorsprung haben. Das Kommando Cyber, die digitale Wirbelsäule der Armee. Das Kommando Cyber, die wir uns in der Lage haben, Vielen Dank.